Kunst soll überhaupt wieder ein bisschen gefährlicher werden, finde ich. Ein bisschen anstößiger, ein wenig unkorrekter, ein wenig sexistischer, ein wenig männlicher. Homöopathische Kunst. Wir sind umgeben von homöopathischer Kunst. Ich versuche, die Intellektualität in eine unglaubliche Popularität zu verpacken. Geschmackhafte Bilder, die dir im Hals stecken bleiben. Kunst muss sich wieder konzentrieren. Malerei muss sich konzentrieren. Die Zeichnungen müssen konzentriert sein. Dieses, na, das passt schon. Das gibt es nicht mehr bei mir.